Sag mal, wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Ein perfekter Tag? Also das bedeutet für mich vor allem, einfach mal nichts zu tun, entspannen, rumliegen und dabei ein gutes Buch lesen und einen Kaffee oder eine selbstgemachte Limonade zu trinken. Im Alltag habe ich allerdings selten Zeit für einen faulenzer Tag. Wer oder was bringt dich zum Lachen? Ich habe einen Neffen und eine Nichte und die sind noch ziemlich klein. Die beiden sagen oft so lustige Sachen, da muss ich wirklich immer lachen. Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst? Zuerst rufe ich immer meine Eltern oder meine Schwester an. Ich möchte wissen, ob alles in Ordnung ist und wie es ihnen geht. Wir sprechen jeden Tag, aber meistens nur kurz. Was ist dein Beruf oder Traumberuf? Mein Traumberuf ist Schauspielerin. Ich stelle mir das toll vor, immer in andere Rollen zu schlüpfen und auf der Bühne zu stehen. Aber andererseits wäre mir dieser Beruf viel zu unsicher. Deshalb studiere ich Biologie. Außerdem habe ich für die Schauspielerei gar nicht genug Talent. Was machst du am liebsten mit deinen Freunden? Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, dann machen wir oft Sport zusammen. Wir spielen zum Beispiel Basketball oder machen eine Radtour. Welches Talent hättest du gern? Und warum? Ich wäre so gern musikalisch und würde gern so richtig gut Gitarre spielen können oder auch ein anderes Instrument. Und warum? Musik verbindet Menschen. Ich finde es toll, wenn zum Beispiel auf einem Fest jemand Gitarre oder so spielt und plötzlich alle singen. Ich finde es toll, ich komme heb. Ich stelle aus...